Deutsch für Zuwanderer Thema Gesundheit Wortschatz Substantive Die Apotheke Der Pfarrarzt Die Bauchschmerzen Die Erkältung Das Gesicht Die Grippe Die Halsschmerzen Der Hüsten Der Körper Das Krankenhaus Der Krankenschein Die Krankenschwester Die Magenschmerzen Die Medizin Das Medikament Der Notfall Der Notruf Der Patient Das Pflaster Die Praxis Die Packungsbeilage Das Quartal Das Rezept Der Rücken Die Ruhe Die Salbe Der Schmerz Der Schnupfen Die Sprechstunde Die Untersuchung Der Verband Der Verband Der Verband Die Verletzung Die Wunde Jetzt Verben Abnehmen Abnehmen Atmen Behandeln Betreuen Bluten Ein Medikament Ein Medikament Einnehmen Jetzt Adjektiv Adjektiv Mit Mir ist Schlecht Er achtet auf seine Gesundheit Sie hat eine gute Figur Stell dir vor Helga ist schwanger Ich brauche einen Termin zur Vorsorgeuntersuchung Ich gebe Ihnen eine Überweisung zum Pfarrarzt Wo sind Sie krankversichert? Ich muss den Termin bei Dr. Hauser leider absagen Sie brauchen unbedingt Ruhe Zu viel Alkohol schadet dir Rauchen ist gesundheitsgefährdend Ich verschreibe Ihnen ein Mittel gegen Durchfall Nehmen Sie die Tabletten dreimal täglich vor den Mahlzeiten Die Tabletten dreimal täglich vor den Mahlzeiten